Kompetenz in Warehousing. So lautet seit 60 Jahren das Versprechen der Walter Lagerbetriebe im Süden Wiens. Mitten im größten Verbrauchermarkt Österreichs. Aber was bedeutet das für Sie? Ein maßgeschneidertes Lagerkonzept für Ihre palettisierte Ware. Ein digitalisierter Informationsaustausch. Individuelle Bestandsauswertungen und Warenbewegungen in Echtzeit. Von verpackten Konsumgütern bis zu haltbaren Lebensmitteln. In modernen Hochregallagern finden Sie flexiblen Raum für mehr als 70.000 Paletten. Ideal auch für Ihre Spotgeschäfte. Produktsicherheit hat oberste Priorität. Wichtige internationale Qualitätsstandards werden von uns erfüllt. Für Sie heißt das strenge Hygienemaßstäbe, Beachtung der Haltbarkeitsdaten und die Rückverfolgbarkeit Ihrer Waren. Zusätzlich sorgen wir für die Sicherheit Ihrer Güter. Güter, die Sie über den eigenen Gleisanschluss und die direkte Autobahnanbindung auf dem schnellsten Weg zu Ihren Kunden bringen. Walter Lagerbetriebe. Kompetenz in Warehousing.